Mittags, 3 Viertel 1 in Brüstungsküblingen. Ich, der sogenannte Brüstungskübler Dr. Christian Martin Schön, stehe hier und werde natürlich zwar gefoltert und fertig gemacht und überhaupt, aber es gibt ja auch positives zu berichten und zwar das Wetter. In Brüstungsküblungen sammelt sich der Regen der letzten Wochen hier an der Reling am sogenannten Messbehellnis. Überwacht wird dies durch eine stabilste Satellitenverbindung, dass hier kein Tropfen daneben geht. Mittels dieser Kabellage im Normalfall hier angeschlossen. So, da haben wir das da drin. Da ist mein Satellitentreceiver. Da hängt auch mein Satellitentelefon dran, wo ich Menschen erreiche. Alter, von denen wollt ihr gar nicht vorstellen, dass es die gibt. Weil die sehen ein wenig gruselig aus. Aber wir sind ganz nett. Und es war heute Nacht Frost. Recht kalt gewesen. Das hat bewirkt. Jetzt scheint die Sonne. Schönes Wetter. Hallo. Ich bin oben ohne. Es ist Dezember.